Hallo Leute! Willkommen wieder zurück zu Five Nights at Freddy's. Ja, Freddy ist wieder zurück. Ich habe mir heute FNAF 2 runtergeladen, aber ich habe den zweiten Teil auch. Den werden wir vielleicht umstellen. Umstellen ganz kurz an alle. Ich mache auch extra einen Job dafür. Jeden Mittwoch und Freitag kommt es 4 nach 1. Jeden Samstag und am Sonntag kommt, wenn es gut läuft, und dann würde ich sagen, ich lasse ihn nicht zu lange warten. Entschuldigung, es war nur kurze Hilfe. Dann machen wir einmal los. Oh, oh, hallo! Oh, hallo! Nein, halt deinen Mund! Mein letztes Video war es ja nur... äh... Habe ich drei oder vier Nächte gespielt? Und in diesem Video... Spielen wir zwei Videos. Wie? Ich sag schon Videos. Spielen wir zwei? Aber wir spielen vielleicht... als kleines Special spielen wir heute schon FNAF 2. Ja... Ich mag dich nicht. Ganz einfach. Faxi! Hallo! Oh, jetzt? Oh Mann! Ich habe nichts gemacht, ich habe ihn. Ich habe richtig, aber ich habe noch keinen Herbst und ich habe... Schnell' zu, ich habe ihn. Ja... Ich habe ihn mit Ihnen. Ich habe ihn mit mir. Ich habe ihn mit ihm mit ihm. So, jetzt machen wir das. Leute, ich hoffe, ihr hattet bisher einen schönen Tag. Ich habe einen Puls von 130, weil ich habe so eine Uhr, wo ich das hier. Ich habe einen Puls von 30, ich habe einen Puls von 30, ich habe einen Puls von 30, ich habe es glaube bisher in jedem video einmal gesagt ich will feature dass man diesen blöden bösen ventilator ausmacht er ist strom wer ist ich habe den schnappel getippt nein nein okay freddy foxy bunny alle noch brav also du Neid the blue sneaks soft Bleh Bleh bunny on a Freddy Schicka 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 Ness Die Treue am meisten bewochen. Ihr schaut wird's nicht. Ich war so lange auf der Kamera. Ihr wisst ja, ich habe vor ein paar Wochen, Monaten, glaube ich, die 10 Abonnenten geklappt. Das hat mich riesig gefreut. Aber ich habe nie ein Special hochgeladen. Glaube ich, doch als Schwarz. Aber ich muss noch mal gucken. Guck in diesem Video. Ich sage einfach nochmal Danke, Danke, Danke an alle Fragen. Ich rede hier gerade. Ich hatte hier gerade eine Rede. Hi! Hilfe! 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 Hilfe. Hilfe! Hilfellis Achtung, dann schwer Ja, okay Game over Wir sehen uns gleich wieder in Five Nights at Freddy's 2 Nacht 1 So, jetzt geht es weiter Da sind wir in Five Nights at Freddy's 2 Genio Ich habe nur ganz kurz mal reingespickt, wie es aussieht Supersion Töchter 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 Wurzelt Ja... Ja, ja Ja, jaa Ja, jaa Ja Untertitelung des ZDF, 2020